Uh, Schnuckis, guckt mal, was ich hier wieder Schönes testen darf. Wir alle kennen ja diese Puppets, aber es gibt jetzt von Craze die Present Pops in XXXL. Guckt euch mal diese coole Himbeere an. Vor allem hört mal, ich liebe das. Das macht so Spaß. Ja, ich würde sagen, das ist Poppen im XXL-Format. Finde ich mega. Und ich habe einige bekommen und die werden wir uns jetzt alle mal ganz genau anschauen. Und dann lassen wir die natürlich auch ein bisschen poppen, so wie sich das gehört. Ich zeige euch jetzt erstmal, was es denn alles für Present Pops gibt in XXL. Wir haben hier einmal so ein großes Eis. Dann ist das hier ein Cupcake. Da habe ich sogar zwei davon. Ich würde sagen, da werden wir nochmal einen verlosen. Das wird dann aber auf Instagram stattfinden. Ja, mal gucken, welche ich da so verlose. So, dann haben wir eine Pizza, also eine Pizza-Ecke. Mmh, nom, nom, nom. Zum Reinbeißen. Nein, Spaß. So, dann kramen wir mal. Was haben wir da noch? Ein bunter Kakerhaufen. Okay. Auch sehr cool in Regenbogenfarben. Ist auf jeden Fall schon, guck mal, wie groß das ist. So, viel größer als meine eigene Hand. Wahnsinn. Dann haben wir hier noch einen Roboter. Ich bin ein Roboter. So, und einmal ein Regenbogen mit Wölkchen. Und was haben wir noch? Ja, einmal Pommes. Pommes haben wir noch. Ja, ich würde sagen, wir reißen jetzt erstmal das Eis hier auf. Eis geht ja immer. Und dann lassen wir das mal ordentlich ploppen. Ich werde dabei auch gar nicht viel reden, sondern ihr könnt einfach nur zuhören und genießen. Das ist so krass. Mit so einem großen Pop-It kann man auch ewig lange rumploppern. Das ist so genial. Das macht so viel Spaß. Boah, genau mein Ding kann ich euch nur empfehlen. Bestes Gadget. Die Pizza packen wir auch einmal aus und probieren sie gleich mal. Und ich werde, wenn ich das Video bearbeite, das Ploppern auch einmal in schnell abspielen, weil ich finde, das hört sich auch immer ziemlich cool an. Ja, also auf jeden Fall lasse ich hier erstmal den Käse ranploppen. Boah, ist das so cool. Und jetzt nochmal schnell abgespielt. Kann man sich nicht entscheiden, oder? Also ihr könnt gerne mich mal wissen lassen, ob ihr das cool findet, wenn es schneller abgespielt ist oder nicht. Also es macht einfach so unfassbar viel Spaß. Zu Recht sind die Pop-Its das Sommer Gadgets 2021. Also wer so ein Pop-It noch nicht hat, der hat wirklich was verpasst. Leute, ganz ehrlich. So, und jetzt halte ich nochmal die Klappe. Viel Spaß. Och, ganz ehrlich. Wie auch Liedern. Und dann weiter. Wie auch Liedern. Sind das등. Hat de los. Die große Tour. Es Isso ist gut. So Schnuckis, beste Teile und wenn ihr wissen möchtet, wo ich die her habe, ich habe das Ganze für euch natürlich in der Infobox verlinkt. Es gibt sie bei Craze im Shop und es gibt auch einen Rabattcode, den schreibe ich euch natürlich auch noch einmal mit dazu. Und ich kann nur betonen, kleine Press'n'Pops sind schon toll, aber große sind nochmal maximal genialer. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Tschüss!